Jo Freunde, was geht ab? Es ist wieder der Angel hier für euch am Start. Ne, warte mal, falsche Begrüßung. Back in the game, remember my name, 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 name. Es ist wieder der Angel für euch hier am Start mit einem absoluten, absoluten, hä? Mit einer absolut geilen Nachricht für euch, denn ich werde ab heute jeden Tag ein Video für euch drehen. Das heißt, das ist so ein kleines Adventskalender-Special. Ich werde jeden Tag für euch bis zum 24. Dezember ein Video rauskloppen. Ob das jetzt so ein Vlog ist wie der hier oder... Natürlich werden die weiteren normalen Videos natürlich kaum Pranks und die ganz anderen Special-Kleine schreiben. Da heute schon der 2. Dezember ist, natürlich werde ich das natürlich... Natürlich werde ich das auch alles live aufnehmen und so wenig wie möglich versuchen zu schneiden, damit ihr so die Realness von mir einmal habt. Weil ich cutte ja eigentlich ziemlich viel und dann kann man ja auch Fehler rauskarten und so, so wie ich jetzt schon wieder eine Million drin hab. Und ich wollte einfach nur sagen, dass jetzt jeden Tag ein Video kommt. Und gefällt euch so ein spontanes Video oder gefällt euch so eine spontane Idee? Ich gucke immer nach rechts, weil da mein Bildschirm ist, weil ich mich da selber seh. Wir haben jetzt gerade... Wo ist mein Handy? Oh, wir haben es gerade um 9.20 Uhr morgens. Das Video wird wahrscheinlich für euch ab 13 Uhr verfügbar sein und dann gibt es heute Abend noch ein weiteres. Dann würde ich sagen, bis heute Abend. Bis.